Büchenbronn Ja, also, trotz dass es ein Freundschaftsspiel war, war es auch sehr hitzig, muss man sagen, ja, dass jetzt mehrere Verletzte auf Seiten von Grumbach sind, ja, das tut mir natürlich leid für die Mannschaftskollegen, ja, das Spiel an sich war, wie gesagt, hitzig, ja, 2-2 denke ich, ist am Ende ein gerechtes Ergebnis, Unentschieden, ich denke, die Spielanteile, die waren recht gleich verteilt, ja, vielleicht teilweise Grumbach mal besser, teilweise Büchenbronn, ja, aber an sich ist 2-2 in Ordnung für den Spielverlauf, ja. Ja, die Verletzten, es gab, glaube ich, mindestens drei oder so, werfen die euch stark zurück? Ja, gut, also, wir sind eh mit einer, ich sag mal, geschwächten Formation in das Spiel gegangen, wir haben sehr viele Ausfälle zurzeit, jetzt durch die Vorbereitung, ja, das tut natürlich auch der Mannschaft weh, aber wir haben das Beste daraus gemacht, denke ich, und mit dem 2-2 können wir auch zufrieden sein, denke ich, gegen eine gute Kreisligamannschaft aus Pforzheim, ja. Was kannst du sonst zur Vorbereitung sagen, wie ist sie gelaufen und wie haben sich die Verstärkungen jetzt schon beweisen können? Ja, also, bis jetzt die Vorbereitung, ja, kann man, sag ich mal, zufrieden sein mit den Ergebnissen aus den Testspielen, eher weniger, Unentschieden haben wir ja gespielt, letzte Woche gegen Langalp, heute gegen Büchenbronn, ja, aber ich denke, wir müssen noch an uns arbeiten bis zum Rundenbeginn, ja, ja, klar, mit neuen Spielern, also gerade mit dem Torwart, mit dem Niklas, der zu uns kam, ja, ich denke, da haben wir uns deutlich verstärkt auf der Position, ja, und ich denke, in der Rückrunde werden wir das Ganze gut meistern. Ihr seid ja in gewisser Weise ein bisschen ein Überraschungsteam gewesen bis jetzt, seid auf dem dritten Platz, zwei Punkte auf den Erstplatzierten, wie, was rechnet ihr euch aus und was für Ziele setzt ihr euch jetzt? Ja, also, klar, träumt jeder letztendlich vom Aufstieg, das ist, denke ich, in der Mannschaft das Ziel für uns, ja, aber ich denke, wir wollen das Beste einfach rausholen, ja, also, Aufstieg ist keinerlei oder in keinerlei oder in keinerlei Weise das Ziel von uns, ja, wenn es so kommt, dann nehmen wir es natürlich gerne an und nehmen es entsprechend mit, aber, ja, gucken wir, was geht, aber bis jetzt sind wir auf jeden Fall sehr zufrieden mit der laufenden Runde, ja. Kenny, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Danke auch, ciao. Danke auch, ciao.